Ja, ein herzliches Hallo und vielen lieben Dank. Dann werden wir gleich einmal beginnen mit meinem ersten Fallbeispiel. Und zwar habe ich ein präklinisches Fallbeispiel zum Thema, wenn man es nicht weiß. Genau. Grundsätzlich beginnen wir mit dem Fall. Es war Mitte Dezember in Wetzelsdorf und die Einsatzmeldung war A1 intern. Ein 67-jähriger männlicher Patient soll bewusstlos gewesen sein. In der Einsatzmeldung stand zusätzlich noch keine Covid-Symptome. Genau, von der Alarmierung weg sind wir dann ziemlich bald angefahren. Und währenddessen wurde der Einsatz geändert auf einem A2-Kreislaufstillstand. Und zusätzlich wurde angegeben, dass eine Line-CPR durchgeführt wird. Wenige Minuten später sind wir angekommen. Man sieht eine sichtlich kurze Anfahrt. Genau. Grundsätzlich, was heißt es, wenn keine Covid-Symptome oder eben Covid-Symptome in der Einsatzmeldung für uns stehen? Was heißt es laut dem Roten Graz Steiermark bzw. der Bezirksstelle Grazstadt? Grundsätzlich sollten wir jedem Patienten, wenn Covid-19-Symptome laut Leitstelle angemeldet sind, sollten wir jedem Patienten entgegnen mit unserem Schutzkittel, der Haube, der Schutzbrille und Handschuhen sowie der Maske natürlich. Genau. Was sind jetzt für uns diese Covid-19-Symptome? Die sind ja je nach Definition oft sehr verschiedenartig. Bei uns grundsätzlich sagt man eben ohne andere plausible Ursache ein oder mehrere dieser Symptome wie der Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, Geruchs- oder Geschmacksverlust eben. Zusätzlich zählt natürlich auch noch dazu, wenn man Kontakt hatte mit einem bestätigten Fall oder auch ein positiver Schnelltest auch natürlich. Ja, außerdem, ganz interessant, gilt für uns auch so, dass wenn die Impfung weniger als drei Tage zurückliegt, dass man das der Impfreaktion mehr oder weniger zuschreiben kann. Ja, wie ist es dann für uns jetzt mit dem Coronavirus im präklinischen Alltag? Grundsätzlich ist es so, dass wir uns jedem Patienten annähern, der jetzt dann nicht als Covid-Verdachtsfall gilt, mit Handschuhen, Maske und Schutzbrille. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass die Schutzbrille von den Sanitätern und Sanitäterinnen unterschiedlich ernst genommen wird, beziehungsweise nicht immer konsequent getragen wird. Ja, dann grundsätzlich von der Leitstelle wird immer bei jedem Patienten erfragt, ob dieser diese genannten Covid-Symptome habe und natürlich auch, ob er einen Kontakt hatte. Ja, dann was machen wir zusätzlich noch bei uns, vor allem speziell jetzt am Jumbo? Wir machen immer zu Dienstbeginn ein Team-Briefing, da gehen wir eben die Szenarien durch, wie würden wir bei welchem Einsatzszenario bei Covid-Verdachtsfällen oder Covid-bestätigten Fällen vorgehen. Und zwar ist es natürlich, die meisten Einsätze sind mit weniger Personal durchzuführen, weil wenn wir jetzt Jumbo plus Notast fahren, haben wir ja bis zu sieben Leute teilweise und da sprechen wir uns das dann durch, dass in der Regel auch weniger Leute direkt beim Patienten ausreichen. Zusätzlich hätten wir noch die Möglichkeit, einen Sackgel mitzunehmen, das wir oft machen mit Schutzkleidung, also rein für den Fall, dass wir dann vor Ort, wenn wir merken, okay, ist jetzt doch vielleicht ein Verdachtsfall oder wurde von der Leitstelle nicht ausreichend erfragt oder konnte auch nicht erfragt werden, weil Patient vielleicht oder Angehörige nicht ausreichend Auskunft geben konnten, sei es jetzt eine Sprachbarriere oder sei es die Aufregung, dann hätten wir noch die Möglichkeit eben uns direkt vor der Tür, zwischen Tür und Angehörige vor dem Patienten anzuziehen. Da allerdings stellt sich natürlich immer die Frage, wie sehr ist es vertretbar jetzt vor dem Patienten, wie sehr können wir das mit unseren eigenen Einstellungen vereinen, dass wir da jetzt der Schutzkleidung anziehen und der Patient vielleicht gar im Atemkreisabschluss schon befindlich ist. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Zusätzlich haben alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen 2,5G-Nachweis zu erbringen. In der Regel sind alle schon geimpft mittlerweile und natürlich auch die Maske tragen wir und speziell auch in den Wohnungen, achten wir streng darauf, dass alle oder sollten wir auch darauf achten, dass alle Patienten und Angehörigen auch konsequent Masken tragen. Vor allem auch da wieder, wenn die Angehörigen oft sehr agitiert sind oder die Patienten Atemnot haben, ist es natürlich auch schwierig, auf denen das kurzzeitig zu vermitteln, dass sie jetzt trotzdem eine Maske aufsetzen sollten. Ja, hier sieht man ein Bild von mir, einerseits mit der Schutzausrüstung, wie wir jedem Patienten entgegnen, also mit Maske, Handschuh und Brille und auf der anderen Seite eben unsere Schutzkittel, die wir derzeit haben, mit der Schutzhaube sehr schön in blau gehalten. Genau, noch kurz zurückzukommen zum Fallbeispiel wieder. Also die Gattin, die hat verweint die Türe geöffnet, hat davor vermutlich schon eine Line-CPR durchgeführt, aber dementsprechend eben die Tür aufgesperrt. Und dann haben wir vorgefunden, den männlichen Patienten, 67 Jahre, würde ganz gut zupassen. Er ist reglos am Sofa gelegen und war zionotisch und schnell haben wir festgestellt, dass keine Atmung da war. Dementsprechend haben wir die CPR übernommen und haben frühzeitig mit der Rhythmusanalyse herausgefunden, dass ein Kammerflimmern hat. Und daraufhin wurde gleich ein Schock appliziert. Zeitgleich wurde gleich einmal die Intubation hergerichtet. Wir haben uns für eine zügige endotracheale Intubation mit Videolongoskop entschieden, was bei uns mittlerweile auch schon der Standard ist. Und eben auch der Venenzugang wurde dann gleich eingestrückt. Und noch kurz, das eh schon bekannt jetzt mittlerweile ist, dass bei der CPR jetzt speziell für Covid-Verdachtsfälle, aber auch so, wie das Vorgehen da wäre, beziehungsweise dass der Unterschied ist. Also grundsätzlich sagt man ja bei Covid-Verdachtsfällen, dass man den Basic-Life-Support beginnt und eben die Rhythmusanalyse startet und danach, beziehungsweise parallel dazu dann die Schutzkleidung sich anzieht. Und sollte man zum Beispiel einen schockbaren Rhythmus haben und sich parallel dazu Schutzkleidung anziehen, dann kann man bis zu drei Schocks gleichzeitig applizieren. Zusätzlich sagt man natürlich auch noch, dass man möglichst zügig einen sicheren Atemweg, also eine sichere Atemweg-Sicherung durchführen sollte, wie zum Beispiel eben bei uns. Also bei uns ist die endotracheale Intubation, das ist bei uns mittlerweile eh schon Standard plus das Videolongoskop, damit man ein bisschen mehr Abstand hat auch zum Patienten. Das ist in dem Fall jetzt bei uns nicht, weil es primär jetzt ein Covid-Verdachtsfall war, zu dem Zeitpunkt sind wir noch nicht davon ausgegangen. Aber ist bei uns jetzt da eh weder weniger Standard auch der Situation angemessen. Ja, genau. Dann, grundsätzlich haben wir parallel dazu dann erfragt, was die Gattin angeben kann. Und die hat nur kurz angebunden, eben im Affekt gesagt, dass der Patient gerade erst die Covid-Erkrankung hinter sich gebracht hat und jetzt heute negativ getestet ist. Er wäre auch zu dem heutigen Zeitpunkt, wie wir nachher erfahren haben, aus der Quarantäne wieder entlassen worden. Und ansonsten war er immer gesund. Dementsprechend hat er keinerlei Vorerkrankungen gehabt, außer eben die Covid-Erkrankung, die jetzt in den letzten zwei Wochen da war. Außerdem hat er während des Anrufes noch Brustschmerzen angegeben und ist dann erst während unserer Anfahrt anscheinend bewusstlos, beziehungsweise gleich dann in den Atemkreislaufstischen gerutscht. Und dementsprechend hatten wir auch ein sehr kurzes Delay anscheinend. Ja, dann sind wir während der Renovation auch die reversiblen Ursachen durchgegangen. Im Vordergrund natürlich stand die Hypoxie. Der Patient hat sich zionotisch präsentiert, war wahrscheinlich auch schon mehrere Minuten trotzdem im Atemkreislaufstillstand. Wir haben dagegen eben natürlich die Beatmung mit 100% FIO2 angestrebt. Andere reversiblen Ursachen wie Hypovolemie oder auch Hypothermie, Hyperthermie, also Fibril war er nicht, stand jetzt nicht im Vordergrund. Die Aderelle BGA haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht eingeleitet und auch dramatologisch stand jetzt dann nichts zur Debatte so wirklich. Dadurch, dass wir einen Schockbeinrhythmus hatten und den Brustschmerz in der Anamnese zu Beginn, war natürlich auch das thromboembolische Geschehen für uns stark im Vordergrund. Ja, dann wie ist es weitergegangen? Grundsätzlich während der CPR, man sieht, das Kammerflimmern wurde dreimal geschockt, dann waren wir ziemlich bald im ROSC, dann ist er wieder schnell ins Kammerflimmern gerutscht, wieder geschockt, wieder ROSC, wieder Kammerflimmern, alles in allem eben aufwändiger CPR, ziemlich instabil, auch danach noch kurzzeitig zwei Barrier-Reiß-Situationen direkt nach dem ROSC wieder, woraufhin wir als Team uns sehr zeitnah in dem Fall entschieden haben, eine Lüse durchzuführen, woraufhin er dann ziemlich bald auch stabiler wurde und nicht mehr eben in den Atemkreislaufstillstand rutschte. Genau, weiter ging es dann auch noch mit einer aggressiven Katecholamin-Therapie, eben mit L-Adrenalin-Poly und auch dem Perfusor dann und zusätzlich wurden dann auch Arterälerzugang und Zweitervenöserzugang gelegt und dann hat man auch schon ziemlich bald gemerkt, dass der Patient mit Atembemühungen angefangen hat. Ja, im ROSC grundsätzlich haben wir den Patienten, wie jeden Notfallpatienten, dann auch wieder nach dem ABCDE-Schema beurteilt. Also der Atemweg war ganz gut gesichert mit dem Endotrachial-Tubus und er ließ sich auch ganz gut beatmen, zuerst mit einem Beutel, dann mit einem Oxilog, also von den Atemwegsdrücken hätten wir da in die Richtung keine Probleme gehabt. Dann war er zuerst natürlich ziemlich hypotensiv, aber auch unter aggressiver Katecholamin-Therapie dann eben ziemlich bald relativ stabil. Und genau, neurologisch hat er eben außer der Atembemühungen zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich viel von sich gegeben, beziehungsweise man hat nichts bemerkt, er war immer noch tief bewusstlos und die Anamnese haben wir eh schon mehr oder weniger durchbesprochen. Auch da ließ sich eben viel mehr nicht erheben, da die Gattin sehr aufgeregt war. Genau, das EKG, das wir im ROSC geschrieben haben, gibt erstmal nicht so viel her. Man sieht eben einen Linkschenkelblock, schnelle, komplexe Extrosystole, also ein klassisches ROSC-EKG, einfach nicht wirklich aussagekräftig. Wenige Minuten später allerdings, sehr wohl, haben wir dann noch ein EKG geschrieben. Da sieht man dann schon schmale Komplexe und natürlich gleich sehr in die Augen stechend, in den anderen Ableitungen eben massive Hebungen, wodurch wir dann eben von unserem Verdacht des thromboembolischen Gesehens bestärkt wurden und damit eben die Verdachtsdiagnose oder die Diagnose des STEMIs gestellt haben und dann eben auch dahingehend weiter steuerten. Genau, dann haben wir die arterielle BGA dann endlich gehabt, dauerte ein bisschen zum Auswerten bekanntlich und da, wenn man sich fokussiert auf die Beatmung, sieht man, das war die BGA direkt nach dem ersten ROSC. Da haben wir gesehen, dass die Oxygenierung trotz wirklich mehrminütiger Beatmung mit 100% FeO2 immer noch nicht wirklich gut ist, also wir sehen ein sehr niedriges FeO2 bei immer noch einer starken Acidose. Die zweite BGA war dann circa 20 Minuten nach dem ROSC, wo er schon halbwegs stabilisiert war. Man sieht, der pH-Wert erholt sich und die Oxygenierung aber immer noch wirklich nicht besonders berauschend. Wir haben immer noch einen sehr niedrigen PO2 dafür, dass wir mit 100% FeO2 zu dem Zeitpunkt immer noch beatmet haben. Genau, und auch da sieht man dann, die Oxygenierungsstörung könnte auch wieder der Hypoxie geschuldet sein und die steht dann dementsprechend auch wieder im Vordergrund. Ja, wie ging es weiter zur Therapie? Ein Nabi, beziehungsweise 150ml Nabi, dann Elozell Spezial, also fürs Kalium noch bekommen, Flüssigkeit und eine Narkose und weiterhin eben zum Aufrechterhalten des Blutdrucks war notwendig ein L-Adrenalin bei FUSA. Genau. Dann verlief es eigentlich ziemlich unauffällig weiter, also der Abtransport gestaltet sich in Ordnung. Während der Fahrt gab es keine weiteren Auffälligkeiten. Wir sind den Herzkatheter angesteuert und waren dann eine Stunde und zehn Minuten nach der Alarmierung dort, was eigentlich eine ziemlich akzeptable Zeit ist, würde ich so sagen, für das Setting, für die doch Instabilität am Anfang. Genau. Ja, wie ging es innerklinisch dann weiter? Geloodet wurde ja noch und zeitnah dem Herzkatheter eben zugeführt, wo wir direkt hingefahren sind und dort hat es sich dann auch festgestellt, dass es eine subtotale proximale ADHD-Stallose hatte und hat dann auch gleich ein Stand bekommen, ein Bild sieht man davon da. Und weiters wurde dann eben auch festgestellt, dass der Patient Covid-19-positiv war, eben mit einem CD-Wert von 27. Im Thorax-Röngden hat man auf der linken Seite ersichtlich auch Verschattungen, die jetzt nicht aspirationstypisch sind. Könnte sehr wohl eben mit der Covid-Erkrankung und einer Pneumonie in diesem Sinne zusammenhängen. Und ja, weiters hat sich dann eben, hat sich gezeigt, dass der Patient auch verzögertes Aufwachen gezeigt hat, woraufhin eben ein EEG durchgeführt wurde. Da hat man dann schon auch supprimiertes Hirnstrombild gesehen, was eben jetzt nicht für so eine gute Prognose sprechen würde. Allerdings das SSIB war unauffällig. Und ja, weiter ging es dann eben einige Wochen so ganz gut und jetzt, vier Wochen später, hat der Patient keinerlei neurologischen Einschränkungen und ist bereit für die Entlassung in diesem Sinne und Reha-Antrag läuft. Also sehr glimpflicher Verlauf, muss man sagen. Ja, wie ging es dann für uns jetzt als Besatzung weiter? Nach dem Einsatz haben wir dann durch einen Anruf vom Notarzt erfahren, dass der Patient Covid-19-positiv war, was wir davor ja eben nur vermuten konnten. Ja, wie sind dann die weiteren Schritte? Vor allem, wenn man es jetzt gar nicht erwartet oder wenn man es nicht weiß. Also grundsätzlich gilt es mal natürlich die gesamte Besatzung zu informieren. Gegebenenfalls auch Contact-Tracing, wenn das erst später stattfindet natürlich, durchzuführen. Das würde dann über das Gesundheitsamt laufen. Und da muss man gleich sagen, bei uns beim Roten Kreuz gibt es keine klare Regelung zur Informationskette, wie die Informationen weiterverteilt sind. Also es gibt einerseits eben die Leitstelle, andererseits dann auch den Offizier im Dienst, der die Informationen an die Mannschaften weitergeben könnte. Aber da gibt es eben nicht die klaren Regeln und oft ist es dann auch zeitverzögert und eben über mehrere verschiedene Leute so, dass die Information dann erst spät ankommt. Und natürlich, wenn wir dann noch weiter im Dienst sind oder auch schon außer Dienst sind, heißt das dann für uns, dass wir vielleicht auch sogar mit dem Gesundheitsamt telefonieren müssen. Und da wird dann entschieden, wer in Quarantäne muss. Das wird dann abhängig gemacht davon, wie weit man Kontakt hat mit dem Patienten. In der Regel muss bei uns allerdings kaum wer in Quarantäne, weil wir ja in der Regel, wenn wir jetzt da wirklich konsequent unsere Schutzausrüstung tragen, einen geschützten Kontakt haben, sprich mit Handschuhen, Maske und eben der Schutzbrille, die ja nicht so konsequent getragen wird. Und ja, zusätzlich wird dann auch erfragt, hat man unter 15 Minuten Kontakt gehabt, hat man über zwei Meter Kontakt gehabt. Ja, und da wir jetzt eh in der Regel geschützt sind von den Patienten und dann auch da im Atemkreislauf-Stiftstand speziell die Endothrahal-Intubation zeitnah gewählt haben und wenn die Angehörigen dann auch konsequent der Maske auftragen, ist das jetzt für uns kein allzu großes Risiko in dem Sinn. Aber natürlich nicht zu unterschätzen. Zusätzlich muss man auch sagen, es muss dann natürlich eine Grundreinigung vom Fahrzeug durchgeführt werden. Die ganzen Materialien, vor allem bei uns im Jumbo, wo wir doch ziemlich viel Materialien da haben, heißt das dann auch wieder, dass wir eine halbe Stunde circa nicht einsatzbereit sind in weiterer Folge und falls wir dann auch schon dazwischen Patienten transportiert haben, ist dann auch wieder die Frage, wie geht man damit vor, die muss man natürlich auch noch weiter informieren. Ja, ist dann eben ein deutlicher Aufwand, wenn man im Nachhinein erst erfährt, dass man nicht spekuliert hat, dass er Covid-positiv ist. Ja, da gilt es dann eben zu hinterfragen, wie sollten wir mit solchen Situationen umgehen, wenn wir den Verdacht hegen oder auch nur es gering im Raum steht oder auch wir überhaupt keinen Verdacht hegen. Wie sollten wir mit allen Patienten umgehen, weil ja diese omnipräsente Krankheit jetzt einfach wirklich uns immer erwischen könnte. Ja, wenn die Angehörige in dem Fall sagt, dass er gerade das Covid hatte und jetzt negativ getestet ist, sollen wir das glauben? Muss das stimmen? Was für ein Test haben wir dann auch erst im Nachhinein gefragt, dass er Antigen-Test war? Da ist auch wieder die Frage, wie führt man den durch? Oder streichelt man vielleicht nur die Wange? Ist der adäquat durchgeführt? Manche Leute haben vielleicht auch Angst, dass die Rettung nicht kommt oder sie nicht richtig behandelt, wenn sie Covid-positiv sind. Man hat ja doch auch wenige Informationen dazu. Und all das führt eben dazu, dass man da vielleicht auch genau hinterfragen sollte bei den Angehörigen und bei den Patienten selbst. Vielleicht einmal nachhaken sollte und eben natürlich die Vorsicht ganz groß schreiben sollte und bei Verdacht natürlich auch Schutzkleidung vor Ort mitnehmen sollte und dann auch konsequent anziehen sollte. Und wer soll sich wann anziehen? Das ist halt die große Frage, weil sollte man sich bei jedem Patienten mit Schutzkleidung nähern, weil ja jeder Patient positiv sein könnte oder sollte man es bei begründetem Verdacht nur machen und in solchen Fällen eben auch nicht, weil da hat es auch schon geheißen, der Patient ist negativ getestet. Und also es ist schwierig, da ein Fazit zu ziehen. Alles in allem würde ich sagen, sollte auf jeden Fall sehr konsequent darauf achten, dass man zumindest die Standardschutzausrüstung, sprich wirklich Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe und auch die Schutzbrille konsequent trägt und natürlich die Teamsicherheit an oberster Stelle setzt, weil natürlich ist es dann schwierig, vor allem beim Atem-Kreislauf-Stillstand zu sagen, ja ich ziehe mich jetzt an und dann passiert gar nichts. Aber es ist ja nicht so, dass man den speziell da jetzt, die ERC uns die Regeln vorgeben, es ist ja nicht so, dass man daneben stehen und die Schutzkleidung anziehen, sondern Basic Life Support laufen lassen und eben zeitnahe Schutzkleidung anziehen. Sollte in solchen Fällen man trotzdem noch wirklich aktiv bedenken und vor allem eben die Grundschutzkleidung, die wir ja sowieso jetzt gegeben haben mit der Maske und der Schutzbrille, dass wir die konsequent einhalten. Ja, noch ganz kurz über Pathophysiologie ein bisschen. Wie könnte dieser Einsatz eben zusammengehängt haben mit der Coronavirus-Erkrankung? In diesem Sinn natürlich weiß man ja mittlerweile aus unzähligen Studien schon, dass Covid-19 mit Thromboembolismus verknüpft ist, ob jetzt der Myokard-Infarkt, die Lungen-Empoli oder Insult. Im Endeffekt ist es ja so, dass durch das Eindringen der Viruspartikel über einen ACE2-Rezeptor einerseits zu einer Zytokinausschüttung kommt im Alveolarpithel und andererseits natürlich auch zu einer Dysfunktion oder Endotelaktivierung, die dann eben zu einer Hyperkoagulabilität führt, was natürlich von beiden Seiten her eine Trombenbildung oder Plagg-Destabilisierung macht und damit eben auch in diesem Fall den Stemi verursachen kann. Dankeschön vielmals auf jeden Fall und dann bin ich freudig für die Diskussion.